Meine Zuschauer haben gerade geschrieben Deal. Also es gibt einen Pass heute am Montag und es gibt einen Pass am Mittwoch zu gewinnen in den jeweiligen Livestreams und die Verlosung mache ich jetzt gleich hier auch an. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Jahr. Es geht mal wieder um dieses, ich will nicht sagen leidige Thema, Liga aber ist es immer wieder bei uns ein Thema, ich denke mal bei euch auch, das sieht ganz ganz ähnlich aus. Ihr seid viele Leute in mehreren Clans und ihr habt natürlich jetzt keine, ich sag mal Struktur drin, so nach dem Motto, du spielst immer da und der spielt immer da. Das geht auch gar nicht, weil ja alle sich dynamisch entwickeln, alle leveln ja weiter, alle machen so ein bisschen weiter und dann hast du als Rathaus 13 auch keine Lust mehr in Silber 2 zu spielen. Muss man auch fairerweise dazu sagen, also immer einen neuen Clan aufmachen, der dann irgendwo da unten so gerankt ist und du pusht da einfach nur so durch, macht ja auch keinen Bock. Sondern man will ja so ein bisschen Herausforderungen haben und man will ja vor allen Dingen auch Medaillen haben. Und um die Medaillen geht es mal wieder so ein bisschen. Der eine sagt, ja nimm doch alle mit in die Liga, dann bekommen die wenigstens die 20% von den Medaillen, die ihr holt in der Liga als Trostmedaillen oder ich sag das immer so als Trostpreis. Oder aber ich nehme die erst gar nicht mit und sie hätten die Chance woanders zu spielen. Denn ich habe heute, soweit ich das so überblicken kann, alle eingeladen, wo ich die nicht bei uns sehe, bei den Herausforderern und die ich auch nicht bei Free2Play sehe. Die wechseln dann rüber. Ich habe sogar ein, zwei Leute von Herausforderern gebeten, bei Free2Play mitzuspielen, dass wir da die 16er nochmal ein bisschen aufhäufen. Und der Rest geht halt in die Bande. Werden wir da zu viel, können wir auch nochmal switchen. Aber ich denke mal, das passt. Also Herausforderer 15er, Free2Play mit 15er und 16er und dann dementsprechend Bande ab Rathaus 15, 14, 13 bis nach unten. Bis es halt nicht mehr geht. Die unten fallen sowieso raus, die Neuner. Also ich will jetzt nicht auf meine Rathaus Neuner pochen. Die müssen unbedingt Liga spielen und brauchen Medaillen. Ja, aber ich finde es immer besser, wenn Medaillen gespielt werden und man sich nicht nur auf die Trostmedaillen, ich meine, verlässt. Ja, dann, wenn du dich auf die Trostmedaillen verlässt, dann verlässt du dich drauf, dass der Clan toll gewinnt und wir viele Medaillen machen. Verlieren wir nur, machen wir wenig Medaillen und es gibt auch weniger Trostmedaillen. Deswegen ist es, glaube ich, immer sinnvoller, in einem Clan zu spielen um die Medaillen. Denn dort gibt es dann immer etwas mehr, als dass du womöglich in deinen Main-Clan an Trostmedaillen bekommst. Ich hoffe, das habe ich mal so richtig erklärt. Das können wir natürlich auch ganz gerne rein rechnerisch nochmal machen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Vielmehr nur so auf, haben wir heute Abend darüber diskutiert hier im Chat. Ist auch immer gut, so ein Livestream-Chat ist immer cool, um etwas zu klären, um etwas zu diskutieren. Und dieses Mal haben wir ja so zwei, drei Tage vorher schon mal so das Thema aufgefasst. Wir brauchen jemanden und wir spielen hier auch mit Neuen. Also auch dort kann ich euch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Wir nehmen hier neue Leute mit. Ich meine, neue Leute, sind wir mal ehrlich, die neuen Leute sind jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen hier. Spielen ganz sauber die CKs mit, kommunizieren ganz nett und scheinen in Ordnung zu sein. Und hauen uns jetzt in der Liga nicht in die Pfanne oder sowas. Und von daher ist auch mal ein bisschen Zeit für Veränderungen. Das ganze Leben verändert sich ja ständig, minütlich, sekündlich. Und warum nicht auch hier? Wir sind zwar sehr altbacken und sehr eingefahren. Um den einen oder anderen Member müssen wir noch kämpfen gerade oder betteln, dass er doch wenigstens mit einem Account da bleibt. Aber auch das, denke ich mal, bekommen wir hin. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ihr Frauen-Kommentarschreiber, was ihr davon haltet, wie ihr das macht mit den Medaillen und auch mit den Membern. Habe ich jetzt schon tausendmal angerissen. Ist immer wieder ein schwieriges Thema, weil du halt nie jemanden die Brille aufsetzen kannst oder den Hut aufsetzen kannst. Ja, du machst immer da, da, da und mehr geht nicht für dich. Ende. Willst du das nicht, musst du halt ganz, ganz woanders spielen. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht in meinem Sinne. Denn ich möchte natürlich ganz gerne, dass die Leute sich nach der Liga wieder in die Clans einfinden. Free-to-Play-Herausforderer, tut es Bande. So ein bisschen, auch wenn ich da mit Nachtschatten und Pummelfee und Ludwig eigentlich alleine spiele. Ist eigentlich nur so ein Vier-Mann-Clan. Aber trotzdem spielen wir da 10er oder 15er CKs, wenn nicht sogar mal ein 20er. Und so soll es eigentlich auch sein. Aber ich bin auch immer froh, wenn die Leute dann wieder zurückkommen, wir uns wieder zusammenfinden, die nächsten drei Wochen wieder schöne Clan-Kriege spielen. So möchte ich das eigentlich ganz gerne haben. Und was mir aber noch aufgefallen ist, ich möchte ganz gerne so ein bisschen Veränderungen mal wieder im Spiel haben. Ihr kennt ja diese Maske hier und die Maske hier ist ja schon unheimlich, wie soll man es sagen, schon so ein bisschen unheimlich informativ geworden. Man kann viel wechseln, man kann viel sehen, man kann was kaputt machen. Wir haben noch das Truppen-Event bzw. das Kisten-Event, wo ihr sofort Truppen haben könnt. Das ist, finde ich, einer der geilsten Braten dort. Ich weiß gar nicht, ob es ein Braten oder ein Pudding ist. Aber ich finde das so genial mit bis zu zehn Angriffen, wo du einfach deine Armee sofort wieder fertig hast und kannst immer ballern. Klar, deine Helden sind nicht mit dabei, aber wenn deine Helden am Ende noch ganz gut überleben, dann kannst du wirklich locker in einer Stunde, ich würde mal sagen, die zehn Angriffe schon fast durchführen. Aber was mir aufgefallen ist, gerade wenn es darum geht, du hast immer zwei Armeen auf dem Feld, so wie ich. Einmal so, einmal so und dann sollte man immer das Equipment wechseln und auch die Helden-Pads wechseln. Das vergesse ich immer. Ich vergesse das immer. Was natürlich doof ist und deswegen wünsche ich mir sowas eigentlich hier in diesem Menü hier, dass man hier noch wechseln kann. Oder aber gar, dass man im Angriff noch wechseln kann, wie die Maschine, also wie die Karre. Ja, dann wechsle ich doch nochmal ganz, ganz kurz vorm Angriff schnell mal die Pads durch und schnell mal nochmal die Ausrüstung durch, weil ich mich da vertan habe. Denn im Moment, jetzt habe ich hier was, da brauche ich den Feuerball. Das ist auch gut so. Ich glaube, das habe ich auch sogar equipt, habe den Feuerball equipt und habe auch das Wutjuwel equipt und dementsprechend habe ich auch, glaube ich, die Pads verteilt. Ich habe jetzt die beiden Häuser, guten Abend, ich habe jetzt die beiden Häuser nebeneinander gemacht, weil ich hatte immer das eine Haus da und dann musste ich immer zum anderen Haus nach da. Ja, ich habe jetzt nebeneinander gebaut, sodass ich dann hier auch dementsprechend recht schnell wechseln kann und auch die Pads wechseln kann. Das heißt also, in dieser Angriffsstrategie hier bekommt der Wächter halt eine andere als Frosty, also ein Held zugewiesen. Und das wollte ich nur mal so ganz nebenher so ein bisschen anmerken. Also das sollte jetzt keine ganze Videofolge davon sein, sondern es ging mir eher darum, wer bleibt hier, wer macht welche Medaillen mit. Magmarock hat mit einem den Clan verlassen. Ich drücke dich nach Nummer 4, behält euch im Blick. Okay, kommt der jetzt mit Nummer 4 hier rein? Da gab es heute auch. Ah, okay, Nummer 4 ist auch da. Was willst du denn hier mit dem? Was willst du denn hier mit dem? Wir brauchen keinen 13er. Och, Meck. Da hast du das System, glaube ich, da hast du das System nicht verstanden. Wir brauchen einen 16er hier. Jetzt kommt der mit dem 13er rein und behält uns im Blick. Okay, jetzt können auf jeden Fall alle hierbleiben, die ich benannt hatte. Also von Faker oben über Kevin Hackbraten. Denn wir sind jetzt nur noch 16er. 16er, wahrscheinlich hole ich Chromoletta wieder rüber. Das war 17 werden, damit wir zwei zum Tauschen haben. Denn diesen Tausch, zwei Leute tauschen hier innerhalb der Liga. Das sind so Leute, die, so wie ich. Ich mache im ersten Angriff in meiner CWL einen Einer und sage, Leute, tauscht mich mal aus. Wenn du keinen hast zum Tauschen. Jetzt geht der Meck mit zwei Leuten hier raus. Und okay, was echt doof ist. Ich habe gedacht, der geht nur mit einem raus. Also muss ich wahrscheinlich Chromo wieder zurückholen, dass wir wieder 17 werden. Und so geht das jeden Monat vom Neuen los. Und das kann es eigentlich auch nicht sein. Wir spielen aber trotzdem ein bisschen Clash of Clans, würde ich sagen. Also wenigstens einen Angriff, den ich mit euch hier so halbleib mache. Und ich muss mich auch immer daran erinnern, was ich denn habe. Ich habe jetzt den Feuerball. Damit will ich ja was zerstören. Mir fehlen jetzt tatsächlich, mir fehlt echt jetzt Sternerz. Dass ich den Feuerball auf 27 machen kann. Dass ich nicht immer zwei Erdbeben mitnehmen muss, um irgendwas zu zerstören. Sondern nur noch ein und zwei Imbiss mitnehmen kann. Was viel, viel netter ist für mich. Aber ich glaube, diesen hier können wir mal so mitnehmen. Das machen wir auch, indem wir das Ding hier Imbiss machen. Den spielen. Sofort Zündis. Dann haben wir hier die ganze Ecke schon mal angeritzt. Ja, angeritzt. Okay. Dann geben wir eben hier auch einen Heiler bei, würde ich sagen. Und hier hinten die Kaserne. Und dann können wir hier eigentlich schon rein. Dass sie hier ein bisschen mitlaufen. Meine Hex-Hex. Meine Hex-Hex. Mein Borden rafft es wohl nicht dahin. Sehr schön. King hier mit rein. Und Queen geht hoffentlich ein bisschen außen mit rum. Ja, macht es ja auch. Sehr schön. Nehmen wir hier nochmal die beiden mit hin. Und den habe ich jetzt gerade ganz, ganz verpeilt. Dort. Wir nehmen da den Sprung. Hier nehmen wir den Gift. Und wir nehmen hier noch einen Fries, würde ich sagen. Dass die da komplett im Gift sind. Hier haben wir noch einen Helden. Den nehmen wir da jetzt mal raus. Und hier haben wir auch noch ein paar Big Boys. Das sieht noch ganz schick aus. Ich habe zwei Gift. Das ist auch richtig cool. Muss ich sagen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Meine Queen läuft außen so ein bisschen mit. Jetzt geht es ein bisschen rein. Ah, geht ja. Hallo, Herr Hog Rider. Ja, es gibt auch bestimmte Jingles. Also wenn ihr einen bestimmten Jingle bei mir im Stream haben wollt, dann müsst ihr dem einfach mal beitreten. Einfach mal den Kanal abonnieren. Das kostet nichts auf Twitch. Und dann bekommt ihr vielleicht auch irgendwann mal einen Jingle, wenn es zu euch passt. Aber das ist auch sehr, sehr individuell. Und die Leute, die den Jingle hier eigentlich haben, die sind auch wirklich schon ultra lange hier. Also die setzen auch schon verstorben an oder sind kurz vor der Rente. Weil so einfach geht es dann doch nicht. Und ansonsten würde das auch den Reim sprengen. Aber ich denke mal, ganz gut hier die drei Sterne nochmal gemacht. Muss nur die Queen da nochmal durchgehen. Und dann könnt ihr ja jetzt auch da rüberspringen hier. Nach da, Queen. Ja, hey. Ich sehe da gerade so ein bisschen was an Lernfähigkeit bei der KI. Ich sehe gerade so ein bisschen Lernfähigkeit bei der KI. Also zumindest bei der Queen habe ich jetzt gerade gesehen, dass da was funktioniert. Äh, was geht mit dir hier? Oh, da ist noch ein Tesla. Okay. Da ist noch ein Tesla. Sein Ernst? Worden. Go for Gold. Worden. Go for Gold. Troll Tesla auf 12. Okay. Aber schon länger nicht mehr gehabt. Aber egal. Haben wir gepackt. Und eine schöne Truhe. Ich hoffe, es wird eine legendäre. Der Lot ist auch echt nett. Ähm. Aber es geht ja immer mit einer gewöhnlichen Truhe los. Ich klicke mal so. Oh. Ich klicke mal so hin. Drei Sterne. Oh. Meinst du, das war ein Hype wert? Aber es bleibt eine rare Kiste oder eine epische? Nein. Jetzt kommt wieder nichts. Naja, okay. Gucken wir mal, was das kriegt. Oh, 2530. Okay. Statt Gold nehme ich mit. Und den Rest. Ah ja. Wir haben ein paar Medaillen bekommen. Aber es wird noch lange nicht reichen, um hier abzugraden. Ähm. Denn da fehlen uns immer noch. Immer noch. Äh. Immer noch 82 Sterne. Erzog. Immer noch 82. Du kriegst es halt nur in Klarkriegen. Du kriegst das Zeug halt nur in Klarkriege. Und das ist halt, ähm, echt nur in Klarkriegen. Ja, immer kriegst du nur in Klarkriegen. Keine Klarkriege. Keine Sternherze. Deshalb mal geht ihr shoppen. Ich war, ich war heute schon shoppen hier. Ihr seht das hier mit Raidmedaillen. Habe ich mir die schon vor lauter Verzweiflung gekauft. Aber fünf Stück für 350. Das ist auch unnormal schlecht. 15 für 275 würde ich das schon fast eher machen. Würde ich das schon fast eher machen. Echt. Ach, naja. Ist egal. Morgen gibt es auf jeden Fall einen neuen Pass. Und wir verlosen auf jeden Fall jetzt noch einen Pass. Aber bitte, ähm, vergesst nicht. Wenn ihr Medaillen holen wollt, dann geht in ordentliche Clans, wo ihr auch spielen könnt. Einfach nur die Trostmedaillen mitnehmen. Das bringt es nicht. Äh, es ist nur meine Meinung. Ähm, denn gerade wenn ihr eine Liga-Woche spielt, da gibt es auch ein bisschen Erfahrung. Ihr macht einen Angriff. Vielleicht spielt ihr noch woanders Clankriege. Und auch dazu nochmal ein kleiner Hint. Wir spielen im Clan Deutschland Ad ab dem zweiten Tag der Liga normale Clankriege. Wir werden den Clan auf Einladung stellen mit ganz wenig Medaillen. Wenn ihr also Bock habt, dort neben der Liga noch einen Clankrieg zu spielen, kommt ruhig rein. Wenn wir mal einen 50er da ballern, wäre es natürlich echt cool. Im Moment sind es so 20er, die wir da ballern. Oder 25er. Aber es kann ja nur mehr werden. Und es ist ja nur ein Angebot immer von mir. Auch wenn ganz, ganz externe reinkommen. So nach dem Motto, ich würde gern noch einen Clankrieg neben der Liga spielen. Kein Thema. Deutschland Ad steht euch offen. Äh, der Clan, ich habe den hier, glaube ich, einmal als Bookmark. Es gibt nur einen Clan Deutschland Ad. Der schreibt sich Deutschland Leerzeichen Ad. Um auch das nochmal zu sagen, viele finden den Clan nicht. Den gibt es nur einmal. Und dann, äh, wie gesagt, spielen wir dort ab dem zweiten Ligatag auch jeden Tag CKs. Also jeden zweiten Tag CKs. Dann haben wir nochmal 30 CKs neben der Liga. 30 CKs mehr heißt mehr Ärzte, mehr Ärzte, mehr Ärzte. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Verständnis. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns in weiteren Videos. Bis dahin, vielleicht sogar zur Passwahrlose am Mittwoch. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. Bis zum nächsten Mal.